Seit Mazedonien die Grenzen dicht gemacht hat, geht fast nichts mehr für Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Mitteleuropa. Wie tausende andere sitzt Yusuf Karajakis zwischen Griechenland und Mazedonien fest. Sie spielen mit diesen Leuten. Schmutzige Spiele. Wir sind hierher von dem Krieg geflüchtet. Ich bin Syrer, einige kommen aus dem Irak. Wir sind Syrer und Iraker. Wir sind hierher von dem Krieg geflohen, nur um einen anderen Krieg zu finden. Sie haben uns gesagt, komm, 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 kommt her. Und jetzt sind wir gekommen und haben einen zweiten Krieg gefunden. In dem Grenzort Idomeni droht die Lage zu eskalieren, weil die Flüchtlinge einfach nicht mehr weiter wissen. Ich habe dort alles verloren. Ich habe meine Frau und meine Tochter verloren. Ich habe meine Familie verloren. Sie sind gestorben, durch Bomben, im Krieg. Ich habe niemanden. Wissen Sie, ich kann jetzt nichts mehr sagen. Ich habe niemanden hier. Ich bin allein in diesem Leben. Ich habe niemanden hier. Ich bin allein in diesem Leben.